Banküberfälle, Betrug oder auch illegale Immobiliengeschäfte, die Palette von Straftaten, die auf das Konto von Clans gehen, ist lang und mittlerweile auch länderübergreifend ein Thema in der Politik. Mein heutiger Studiogast ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im niedersächsischen Landtag und erfordert nun ein konsequenteres Vorgehen gegen diese Art von Kriminalität. Ich freue mich auf Uwe Schünemann. Hallo Herr Schünemann, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ja, Ihre Position zur Clankriminalität habe ich jetzt schon ein bisschen umrissen. Bevor wir diese und Ihre Forderungen näher beleuchten, was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff der Clankriminalität? Wann spricht man davon? Es sind in der Regel ausländische Familienclans, gerade aus dem türkischen, arabischen Raum, die nichts anderes vorhaben, um illegal an Vermögen zu kommen. Und sie haben die Auffassung, dass sie ihr eigenes Recht schreiben können. Das Recht hier in Deutschland gilt für sie nicht. Und sie meinen auch nicht, dass der Staat das Gewaltmonopol hat, sondern sie meinen, dass sie selber Gewalt anwenden können. Und das ist natürlich höchst gefährlich. Ja. Welche konkreten Beobachtungen machen jetzt Justiz und Politik, wenn man das mal landesweit oder bundesweit auf Deutschland bezieht? Welche Straftaten gehen also auf das Konto von solchen Clans? Es fängt an mit relativ kleinen Straftaten. Wir kennen alle die Shisha-Bars und hier gibt es Zollbetrug, um nur ein Beispiel zu nennen. Aber es geht eben auch um richtig schwere Kriminalität, um Raub, um Erpressung, um Schutzgelderpressung, schwere Körperverletzung. All das wird mittlerweile bei der Clankriminalität auch umfasst. Welche Beobachtungen lassen sich denn in Niedersachsen ganz konkret ableiten? Eigentlich gibt es Schwerpunkte bundesweit. Das ist einmal Nordrhein-Westfalen und Berlin, aber auch Niedersachsen. Und hier ist der Osnabrücker Raum ein Thema. Aber auch in Hannover haben wir durchaus all diese Formen von Clankriminalität, wie ich es gerade beschrieben habe. Und insofern müssen wir auch gerade in Niedersachsen sehr aufmerksam sein. Ja. Nun hört man ja häufig, dass eben Straftäterinnen und Straftäter, die solche Taten begehen, relativ glimpflich davon kommen. Wie kann das geschehen? Es ist problematisch, wenn man nicht diese Familienstrukturen analysiert, sondern vielleicht immer nur eine Straftat isoliert betrachtet und eben diese Clan-Strukturen nicht im Auge hat. Deshalb ist es absolut notwendig, dass wir jetzt seit März letzten Jahres ein Lagebild Clankriminalität in Niedersachsen haben, wo Polizei, Staatsanwaltschaften sehr abgestimmt vorgehen, sich ein Lagebild machen von all diesen Geschehnissen. Und es wird mittlerweile auch bundesweit umgesetzt. Und ich glaube, eins ist auch klar, man darf nicht aus falsch verstandener Toleranz hier einfach die Augen zumachen. Weil man sagt, wir wollen keinen unter Generalverdacht stellen. Deshalb ist es notwendig, dass auch gerade bei der Straftatbemessung wir nicht dazu kommen, dass man aus vielleicht kultureller Sicht hier in irgendeiner Weise einen Rabatt bekommt. Ja, Sie sprechen von diesem Lagebild, wo die Instanzen jetzt im Prinzip schon miteinander arbeiten, kommunizieren. Welche Forderungen haben Sie jetzt an die Politik, an die Rechtsprechung, ganz konkret? Wir müssen wirklich prüfen, ob das Strafmaß ausreicht. Das haben Sie eben gerade selber auch angesprochen. Wir haben jetzt auch neue Phänomene, dass Clan-Mitglieder direkt auf Polizisten oder auch auf Repräsentanten des Staates zugehen und sagen, wir wissen genau, wo ihre Kinder zur Schule gehen und dann im Prinzip eine klare Bedrohung auch aussprechen. Und hier müssen wir sehen, ob wir vielleicht sogar einen Stalking-Paragrafen für diese Fälle noch zusätzlich benötigen. Auf der anderen Seite hat unsere Justizministerin hier die Initiative ergriffen auf der Justizministerkonferenz, dass die Bedrohung von Polizisten und auch von Repräsentanten des Staates höher dann auch bestraft werden. Mindestens drei Monate bis zu fünf Jahre. Ich glaube, das ist genau der richtige Punkt. Und wer sich eben nicht an deutsches Recht hält, sondern sein eigenes Recht hier haben will und Ausländer ist, der muss aus meiner Sicht das Land auch wieder verlassen. Man muss auch abschieben können. Und abschieben heißt auch abgeschoben bleiben. Wir haben einen Fall gehabt, Miri aus Berlin. Auch dort muss etwas erreicht werden. Der Bundesinnenminister hat die Initiative ergriffen und hat gesagt, dass ein Verstoß gegen Einreiseverbot auch ein Haftgrund sein muss im Aufenthaltsrecht. Und das ist auch die richtige Antwort.